Hallo, wo ist das Problem? Wir verticken das Zeug und teilen uns die Kohle. Keiner weiß, dass wir den Scheiß haben. Alter, sag mir, wer macht Para? Wir machen Para. Wer macht Para? Wir machen Para. Wir machen Para. Wir machen Para! Wir machen Para! Wir machen Para! Wir machen Para! 500 Euro in einer Nachtung ist nur mein Anteil. Braucht ihr den Kux gewunkert, Mann? 50.000 Cash in einer Woche bei mir zu Hause! Wir fahren, ich hab den Stolzen voll! Siehst du, also, und liebst du dich mit den falschen Leuten? Dann willst du mir gerade sagen, dass meine Freundinnen die falschen Leute sind? Alter, meine Freunde würden sterben für mich, Mann! Warum sagt ihr mir, dass alles okay ist, wenn ihr 50.000 Euro Schulden habt? Das ist die Russen-Mafia, Mann, die knallen mir deinen Hürden weg und voll. Bums, die dich einmal so richtig durch! Tag! 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 Tag!